Guten Tag, meine Damen und Herren, zum Unternehmensupdate von Goldmining auf RoboStoff.TV. Gold korrigiert, wie von uns erwartet, was nun gesund ist. Der Markt war überkauft und man bildet nun eine gesunde Plattform aus, von der aus Gold dann auf 2.600 dann weiter in 2025 auf 3.020 bis 3.080 US-Dollar pro Unze steigen kann. Für 2026 und 2027 erwarten wir dann bereits 3.600 US-Dollar pro Unze Gold. Da kommt es sehr gelegen, dass Goldmining den Wert seines Goldprojekts Crucero in Peru durch die Verwirrung der Royalty-Zahlungen an Drittparteien steigert. So könnte man über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft eine Transaktion mit Buenaventura abschließen, um eine bestehende Royalty von Dritten, die sogenannte Royalty, auf dem unternehmenseigenen Goldprojekt Crucero in Peru zu reduzieren. Die Royalties wurden von einem früheren Betreiber gewährt, der das Projekt im Jahr 2008 erwarb und basierten auf einer gleitenden Skala, die bei Goldpressen von über 800 US-Dollar pro Unze einen maximalen Netzmelder-Return, sprich eine NSR-Förderabgabe von 5% erreichte. Das Unternehmen zahlte 70.000 US-Dollar an Buenaventura, um die Royalty zu ändern und auf eine NSR von 3% zu reduzieren. Das Unternehmen kann die Royalty durch eine zusätzliche Zahlung von 200.000 US-Dollar innerhalb der nächsten zehn Jahre auf eine NSR von 1% reduzieren. Damit nimmt man viele mögliche Zukunftskosten in einem Produktionsszenario heraus, vor allem wenn man von Goldkursen über 3.000 Dollar pro Unze ausgeht. Das Projekt Crucero befindet sich 150 Kilometer nordöstlich der Stadt Tuliaca im Distrikt Puno im Südosten von Peru. Die Mineralressourcenschätzung für das Projekt umfasst 30,65 Millionen Tonnen Gestein mit einem Gehalt von 1,01 Gramm Gold pro Tonne für knapp eine Million Unzen in der Kategorie eingezeigt und weitere 35,78 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von einem Gramm Gold für 1,15 Millionen Unzen in der Kategorie abgeleitet. Auf dem Projekt wurden in der Vergangenheit von früheren Betreibern beträchtliche Investitionen und Explorationen getätigt, darunter 79 Bohrungen mit einer Gesamtklinge von 24.000 Meter. Und es wurden zahlreiche Ziele für zukünftige Explorationsarbeiten identifiziert. Crucero könnte damit mittelfristig zu einem Produktionsziel aufsteigen, wobei wir Sao Jorge in Brasilien als kurzfristiger einstufen. Fakt ist, Goldmining ist massiv unterbewertet. Der Chart ist auf einem Boden angekommen und wenn der Knoten Platz dürfte, ist zügig auf zweieinhalb kanalische Dollar gehen. Sie finden alle Informationen auch auf unserer Community-TV-App, in Deutsch und Englisch sowie alles rund um Rohstoffe. Wir freuen uns über ein Like und viel wichtiger, abonnieren Sie einfach unseren Kanal. Bitte beachten Sie den eingeblendeten Disclaimer. Die besprochene Aktie ist Teil des SRC-Mailings-Betrags, die City überhielten Zertifikates und ich bin Aktionär des Unternehmens. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.